Aloha und herzlich willkommen bei einer Folge von Deathloop. Freut mich, dass wir wieder eingeschaltet haben. Wir starten direkt ins Game. Ja, weiter. Wir sind mit allem Wasser angewaschen. Gamma sieht auch gut aus. Alle Dialoge, Mitte und... Sieht gut aus. Ich schütze den Loop. Ich würde ihn erstmal gerne betreten. Ich bin echt mal gespannt. Ach, zum letzten Mal. Warum erinnerst du dich nicht? Ich weiß es nicht. Gib mir ne Sekunde. Du versuchst es ja nicht mal. Freddy, ich hab keine Ahnung. Scheiße, das ist nicht gut. Könntest du dich bitte beeilen? Ja. 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 Interessant. Leben war ja nie wirklich eine Option. Oh, was war das? Huh. 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 Das war echt. Ein verbückter Albtraum. Huh. Ich sollte nicht so viel saufen. Huh. 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 Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Was eine traurige Gestalt. Na ja, wenigstens hier nicht springen. Die nehmen wir erstmal in die Höhe hinein. Wir wissen, wie man lehnt. Oh. Was war das denn? Ah. Verdammt. Was zum... Das ist ja scheißkalt. Wo bin ich hier? Ei. Das sind aber viele... Das ist doch wohl ein Witz. Ne. Das ist da. Ich sehe es. Oh man. Mann, der halluziniert. Was ist denn das für ein... Wer? Wer bist du? Wer? Wer bin ich? Mein Name. Mein Name. Scheiße. Fuck. Wie heiß ich verdammt. Ah. Baby, hast du mich vermisst? Nein. Nein. Leichte Infanterie-Maschinenpistole. Woher weiß ich das? Oh. Okay. Willst du üben? Bisschen abdrücken. Bist du eingerostet? Das sind aber viele. Was? Bist du? Du hast IDT-Lexychinenpistole. Bist du ihn? Das war mir. Was? Sieg überrasegal. Okay. Hm, ganz schön unheimlich. Ach. Das ist meine Ziele. Okay, okay, okay. Ich starte einfach direkt rein, ohne irgendwie was zu sehen. Eine Uhr, ein Radio, was ein komisches Device. Verdammt. Ich weiß nichts von einem Code. Hey, hallo! Was zum... Vielleicht sollte ich diesen Code suchen. Cold? Hey, heiße ich Cold? Das muss er sein, oder? Fühlt sich irgendwie fremd an. Okay, Cold. Suchen wir mal diesen Code. Oh Gott. Ah, kalt! Ah! 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 Guten Morgen, Blackreef. Hier ist Juliana Blake. Ach, scheiße. Das ist sie. Kann vor den Lug zu brechen und damit sein Versprechen an das Ehrenprojekt. Also, dich werde ich mir als erstes schnappen. Wir haben auch... Wir haben noch ein Hühnchen zurück, meine Liebe. Ja, das klingt gar nicht gut. Und in der Nacht sing ich das Lied. Ich komme wie... Ähm... Wie... Gut, dass ihnen der Schuss nicht ganz erledigt hat. Na, erster Sturz. Morgen sind sie wieder da. Kann mich nicht erinnern. Kein Fall. Wir brechen den Loop. Am besten... Direkt. Die ersten Runde. Brauche ich nicht. Hm. Ich sollte mir was reinballern. Oder es zieht. Ich sollte mir die Nähe sein. Erwischt! Erwischt! Erwischt? Oh nein! Oh nein! Darf ich dich trüe? Der schweil nicht. Selb besser bist, Arslan! Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Wer bist du überhaupt? Was hast du gegen Spaß? Ich hab noch nie jemanden... Oh! Kurt! Bist du da? Ja. Hallo? Sind die Spinner schon tot? Ich äh... Juliana! Falls du's vergessen hast. Okay, pass auf. Keine Ahnung, was ich genau letzte Nacht gemacht hab. Aber... Könntest du... Was? Wie war das? Ich glaub, ihr kennen uns. Das tun wir doch, oder? Ja! Endlich! Hahaha! Du bist zurück! Also, was weißt du noch von mir? Alles etwas... Verschwommen. Was? Weißt du noch? Ich heiß Colt. Von mir! Du willst mich umbringen und ich kenn so'n scheiß Code, oder auch nicht. Und dann ist da diese... Du willst den Loop brechen, richtig? Äh... Ja. Denke... Schon. Also, wenn du nicht versuchst ihn zu brechen, bring ich dich einfach um. Immer und immer wieder. Immer und immer brutaler. Bis du es tut. Okay, ich brech den scheiß Loop. Keine Ahnung, warum du sauer bist, aber sorry! Sorry? Äh... Noch da? Das hast du noch nie gesagt. Wir haben gedatet. Geh einfach in die Bibliothek. Da ist was für dich. Sorry? Meine Liebe. Wir werden uns schon bald wieder sehen. Ah... Okay, okay, okay. Muss mich nur ein bisschen orientieren. Dann brech ich nicht nur den Loop, sondern auch das gesamte Schiff. Mhm... Was machst du da? Wird das hier mal was oder nicht? Bibliothek! Mal los, bewege deinen Arsch! Oh, das... Brauch ich nicht. Und ein Croissant! Oh, ein Croissant! Oh, ein Croissant! Oh! 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 Okay! Bin in der Bibliothek! Was du auch tust! Nicht den Hebel ziehen! Halt! Was? Oh! 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 Du fällst immer auf den gleichen Scheiß rein. Kannst du dich bitte nur einmal, einmal anstrengen, damit es interessant wird? Oh! Oh! Was ist das denn hier? Oh! 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 Die Tür ist da hinten! Auf Wiedersehen! Oh! Jep! Gedatet! Oh! Warum tust du das? Was hab ich dir je getan? Wow! Du erinnerst dich nicht? Und der Code? Wie sieht es damit aus? Ich kenn' den Code nicht! Oh! Oh! Willst du mich verarschen? Bist du... Hör zu! Du kennst den Code schon. Du hast ihn auf Blackreef geschrieben. Was soll das heißen, verdammt? Hallo? Bist du schon tot? Ich warte. Zieh mich hoch, Mann. Bist du schwer. Die Blackreef-Karte. Du hast ihn auf die Postkarte geschrieben. Verstehst du? Okay. Ich lasse jetzt los. Was? Stopp. Nein, warte. What the fuck? Nein. Nein. Postkarte also. Interessant. Ich habe mich selbst losgelassen. Was für eine verdrehte Welt ist das? Okay. Postkarte. Postkarte. Postkarte besorgen und vom Strand weg. Gleicher Morgen. Gleiche verfickte Sendung. Brauche ich nicht. Scheiß doch einer die Wand an. Ab dann. Okay. Dann geh mal. Eine Karte haben wir noch. Brechen wir ein paar Loops. Code. Niemals. Niemals wirst du den Loop brechen. Das ist absolut unmöglich. Ich soll ihn brechen? Ich soll ihn nicht brechen. Was willst du von mir? Dass du nicht verkackst. Okay. Der Morgen war schon ziemlich scheiße. Im Ernst. Das war's. Mit dir. Mit all dem. Das endet hier. Heute. Wo willst du anfangen? In Abdabhen. Natürlich. Wie der Code noch mal war. Das war A. J. H. Baten. 7. 7. 2. 3. Oh. Hier krieg ich auch meinen Knall. Warum steckt das in der... Wow. Wow. Was tun wir? Wow. Okay. Soll das passieren? Oh. Kalt. Und seltsam. Dieses geheimnisvolle Metallstück scheint dir zu gehören. Die Tafel verleiht dir repressive Fähigkeiten, die dich nach deinem Tod ins Leben zurückholen. Allerdings nur zweimal. Stirbst du ein drittes Mal, endet dein aktueller Loop. Und du wachst am Morgen des nächsten Loops ohne die vorherigen Loops gesammelte Ausrüstung auf. Nach einer Rückkehr per Reparise bist du einige Sekunden lang nahezu unsichtbar. Nutze die Gelegenheit, um dich in Sicherheit zu bringen. Die Anzahl deiner möglichen Reparisen wird im Wechsel der Distrikte zurückgesetzt. Okay. Dann los. Ich würde sagen, das reicht mir nicht. Sind das verschiedene Levels oder ist das eine große Open World? Weil ich hatte schon gehofft, dass es eine große Open World ist. Aber es wäre auch nicht schlecht, wenn das eine nach und nach eine Story erzählt hat. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square. Ich hab gesagt, du sollst was anderes machen, Code. Und du gehst nach Abdam? Woher weißt du, wo ich bin? Hast du Kameras oder... Der Rüsturm empfängt deine Position. Und du nicht immer so überrascht. Als ob ich nicht genau wüsste, wohin du gehst. Nicht mal ich weiß, wohin ich gehe. Dorsey Square ist die Straße runter an der Klippe. Mal sehen. Erster Stock. Willst du etwa zum Kaffeekränzchen kommen? Du willst mir nur wieder deinen Zapfer anzeigen. Ein anderer, Colt. Ich bin fertig mit dir. Übrigens erkennt jeder deine blöde Jacke wieder. Mann. Ich meine die Jacke. Mann. Ja. Wart mal ab, bis ich euch erwische. Ah, hier werde ich rausgekommen. Dann wollen wir mal. Kann ich nicht öffnen. Wart mal ab, bis ich euch wieder rausgekommen habe. Wie spioniere ich wieder? Ist da jemand? Hoffentlich nicht Colt. Das sollte ich wohl nicht ignorieren. Ich warne dich! Ich bin bewaffnet! Gib doch auf! Ich werde niemand vermissen! Komm ich! Ihr Glückskinder habt den schönsten Ort der Insel gleich um die Ecke! Die Bibliothek! Macht euch bereit zum Ballen! Sie! Granate! Was zum... Hallo? Ah! Hoffentlich nicht Colt. Ähm... Ähm... Hoffentlich nur eine Halluzination. Nicht gut. Wie sp... Ist da irgendjemand was da los ist? Wer macht da? Ähm... Was? Haha! Wer stößt jetzt mit mit mir? Ah! 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 Da! Ach! Ah! 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 Was ist das? Oh, darauf hätte ich schießen können. Brauche ich nicht. Interessant. Oh ja. Willst du vielleicht ein Passwort? Okay. Warum sollte ich das Spiel nochmal vertrauen? Mist! Muss nachladen! Wir waren Freunde! Wir fahren heute! Ja! ARGH! Mann! Das ist schon eher mein Kandidat. Das ist schon eher mein Kandidat. Das ist quer. Erster Stock. Mist, vielleicht gibt's einen anderen Weg rein. Bereits für die nächste Runde? Ja. 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 Ich lebe das Leben. Ich hab ganze Schränke voller Bedauern. Aber ich fühl dich drin rum und betrachte mich dann im Spiegel. Ja, der Futterdienst. Nein. Lass das doch. Kinder spieg nicht mitfeuert. Wann fangt irgendeine Bar am Arsch? Der fällt kaum Leute da. Aber die Leute, die da waren, die waren da mit Leib und Seelen. Ja. 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 Da. Ja. Ja. Die? Und? Ich bin dabei! Williges Drecksteil! Was? Ich hab noch nie jemanden sterben sehen! Ich denke an was Schönes! Was Schönes! Ich weiß nicht was! Ich konnte nicht anders! Mir gehts gut genug! O.K. Wollen wir mal weiter! gekritzelte notizen niemand glaubt dass man mit der lösung eines rätsels keep kind of going up now Leider wird Fürst Aid Fisch in Chips aufgrund von Nachfrage dem ersten Tag während des Loops nicht verfügbar sein. Fisch verpasst? Wie wäre es denn mit einer unserer anderen Köstlichkeiten? Freuden der Meeresfrüchte empfehlen wir unserer Karlsbuchter Grabenkörlobse. Guten Appetit, wünscht die Verwaltung. Bitte riecht Beschwerden. Bitte richtet Beschwerden und sonstige Anliegen von Fiat Zorowska. Nein, umgekehrt Bücher statt Leuchten. Hier möchte ich auch fragen. Ich will nicht für den Recht. Wer bist du über... Schick dich, Knarre! Du! Du! Verrückte Dudes. Ei. Auf welche Party habe ich mich da nur eingelassen? Das ist die Bücherei. Nicht in meiner Bücher. Ich brauche Deckung! Ich verschaff uns allen Vorteilen! Ich in meiner Bücher. Die Entdeckung! Brücke auf! Unbeschützig, scheiße! Scheiße! Von der anderen Seite! Unterstützungsfeuer! Junge! Los! Leute? Ist da jemand? Ist da jemand? Oh, ich dachte, ist da jemand? Bin ich etwa völlig alleine hier oder was? Seh den Dich wird niemals türen! Ich bin dran! Hallo? Ich sehe falsche... Erbungen werden nicht toleriert! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Halt! Was? Was? Nicht dierisch werden! Ich bin dran! Magazin ist voll! Weg mit der! Immer für die Nagel! Wollen wir hier mal raus! Wollen wir hier mal raus! Das sind doch nicht alle! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Okay... Irgendwie bin ich nicht so... ...der große Fall! Endlich raus hier! Okay! Ordnen wir uns! Wo sind wir? Wohin wollen wir? Hier waren wir schonmal! Aber nicht zum ersten Start! Ich habe es gesehen gehabt! Da habe ich irgendwo gewohnt! Da habe ich irgendwo gewohnt! Da habe ich irgendwo gewohnt! Das Ding hat wohl keinen Strom! Ich glaube ich habe den Strom zerlegt! Ich glaube ich habe den Strom zerlegt! Ich glaube ich habe den Strom zerlegt! Die Party hier haben wir ja schon gecrushed! Die Party hier haben wir ja schon gecrushed! Zwei Leute! Ich habe den Strom zerlegt! Mensch! Ich war hier schon überall! Ja! Ich muss jetzt auf jeden Fall... ...zum ziehen! Wir haben die ja... ...abgeschlossene! Ich fand nie aus! Wird ziemlich sehr gut geschossen! Hier soll ich also wohnen! Bin ich so verklemmt? Wow! Hübsch! Gib niemals auf! Ho! Niemals! Mann! Mit denen... ...stimmt was nicht! Ich mache ständig Komplimente! Der Loop wird von einem Kontrollraum aus gesteuert? Das ist zu einfach! Hm...viel zu einfach! Hübsch! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Was ist mein Lieblingsbuch? Lied oder Stück? Dieses eine Lied von Frank und Charlie. Mit der Antwort sind alle zufrieden. Was muss ich unbedingt nach Black Reef mitnehmen? Was hab ich nicht mitgenommen? Eure Baumaterialien, eure Waffen, selbst die verdammten Obkörde. Ich habe Upper, Downer, alles dazwischen. Ich habe Hopper und auch Pampa. Ich habe Candy und Caps. Ich habe Eis und Bliss. Eine herrlich bunte Palette zum Kombinieren. Wie Farbe. Und die Liebe. Stehe ich gern im Rampenlicht? Ach, das Rampenlicht ist nichts weiter als ein aufmerksames Aufsehen im Zentrum der Welt. Manchmal schaut es dich an. Manchmal sieht es dich. Aber meistens ist es völlig blind. Jetzt verstehe ich es. Dann können wir hier wieder. Okay. Okay. Das war's für heute. Ja, ich bin ein einfacher Mann. Ich ziehe einen Kopf von mir. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Insel und sind damit mein Weg in den Komplen... Oh, hattest du einen Schall bei dem nicht? Nein, 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 nein. Ich hab hier noch versucht zu erleben. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich war hier schon. Ich bin hier. 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 Ein Schuft im Schatten. Spielen wir Verstecken. Magazin ist voll. Wenn der Scheiß mit Kurs vorbei ist, probier ich mal Charlies Aufwachspielchen. Könntest du kurz stillhalten? Komme von... Okay. Ich hab gedacht, ich könnte mich selbst retten. Warte mal, warte mal. Ich hätte gar nicht so weit laufen müssen. Brauch ich nicht. Ich hatte den Code. Interessant. Also Leute. Ich muss ganz wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich das schneiden werde oder... ...das einfach drin lassen. Vielleicht leide ich und leide ich. Ja, schnell genug. Dead, 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 dead. Dead, 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 dead. Dead, 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 dead. Dead, 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 dead. Ich muss ihn nur ganz kurz ansehen. Musik